Dann schauen wir mal. Es wird langsam Zeit, dass wir hier echt aus dem Dungeon rauskommen, wenn man so auf Mürrem und Gwennlin schaut und unsere Astralenergie und überhaupt den Gemütszustand unserer Helden. Also, einatmen, ausatmen, rüber da. Gerogon macht lieber Kehrt. Warum machst du Kehrt? Hatschuh, ja. Wir haben die Lederwamster, die Lederhose und die Lederstiefel. Na gut, hilft nix. Es gibt kein Zurück mehr. Terek macht lieber Kehrt. Talana macht lieber Kehrt. Hat geklappt. Okay. Gerogon, sammeln mal die anderen Leute. Talana macht Kehrt. Terek macht Kehrt. Komm schon, Gerogon. Sehr gut. Also, es passiert wohl nix. Den ist einfach nur zu mulmig. Was ja auch ein wenig verständlich ist. Komm, 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 komm. Sehr gut. Also, einmal neu orientieren. Und das haben wir doch auch gelesen auf der Schriftrolle. Das Hammersymbol und der Kreis auf dem Amboss. Hier muss die Fackel rein. Die Muster und Bilder nennen euch eine Zeichnung. Mhm. Auf den Pergamentstücken, die ihr auf der Truhe gefunden habt. Wollt ihr ein Gegenstand benutzen? Ja. Wer hat die Fackel? Kurz abbrechen. Gwennlin hat die Fackel. Und das Zunderkästchen. Ja. Gwennlin. Ähm. Weiter. Fackel. Nichts passiert. Okay, Fackel erstmal anzünden. Gegenstand benutzen. Gwennlin anzündet die Fackel. Sehr gut. Gegenstand benutzen. Ja. Gwennlin. Fackel. Gwennlin hält die Fackel an die glatte, runde Fläche. Nach einer Weile beginnt sie zu glimmen. Schließlich leuchtet es wie glühende Lava. Plötzlich ist das Wannestück verschwunden. Sehr schön. Können wir jetzt unsere Rüstung anziehen? Äh. Ne. Werden wir nicht tun. Es ist ja vorgesehen, dass man hier in dieser Kluft reinkommt. Und es dürfte eigentlich keine Gefahr drohen. Eigentlich. Schauen wir mal. Mehr Kohlebecken. Und was haben wir hier? Oh. Erzhaufen. Okay. Ganz, ganz viele Kohlebecken. Das sieht aus wie noch eine Lava Schmiede. Können wir uns das mal genauer Wollt ihr angreifen, fliehen oder abwarten? Wollt ihr angreifen, fliehen oder abwarten? Wollt ihr uns bestimmt nicht angreifen, wenn wir fragen, welches fand, oder? Welches fand? Jenes fand, das euch Ingram überließ, mir des Gottes Auftrag zu übermitteln, damit aus Ingram Willen des Ingram Form erwächst. Habt ihr das fand? Und da fragst du was. Wir sagen mal ja und geben ihm... Wo ist das Zeug? Hat sie die gar nicht? Ring, Fextstiefel, Steinmeladion könnten wir ihm geben. Eigentlich suche ich die Münzen... Da, Münzenrot. Was soll das sein? Habt ihr das fand? Oh, war es wohl doch nicht. Ähm, okay. Steinmeladion. Oh, das scheint richtig zu sein. Was zum Teufel macht er da? Der schmiedet uns jetzt was? Ha. Sah ja fast wie ein Schwert aus. Hm. Ähm. Achso, hintenrum. Der Golem ist immer noch weiter mit seinem Schmiedewerk beschäftigt. Mit langsam aber kräftigen Schlägen bearbeitet er das abkühlende Eisenstück. Noch lässt sich nicht erkennen, was der Golem schmieden will. Es dauert noch ein wenig. Hm. Okay. Aber was genau machst du da? Schmiedekunst. Die meisterliche Kunst ist nicht mein eigen Werk. Es ist des Ingrams Geist, der meine Hände führt. Ja, du bist ja auch nur ein Golem. Ingram. Dem Schmied der Schmiede habe ich einmal gefrevelt und das soll nie vergessen sein. Des Gottes Gerechtigkeit verdanke ich die Kunst, meisterliche Werke zu schmieden. Er hat mich in seinen Dienst gestellt und ich leiste Buße für mein Frevel. Beschmutzt nie des Ingrams Namen oder Ansehen, denn er ist der Herr, der Schmied der Schmiede. Was kannst du uns über diese Binge erzählen? Früher, vor dem großen Unglück, da war es lebendig. Aha. Waffen? Die meisterliche Kunst ist nicht mein eigen Werk. Ja, okay. Hm. Zwerge? Schlecht geht es den Zwergen, doch bald wird Ingram den Anbeginn eines neuen Zeitalters mit dem Schlage seines Hammers verkünden. Und es wird ein goldenes Zeitalter für die Zwerge sein. Oh, das stimmt. Davon habe ich gehört. Also, das ist jetzt ein wenig außerhalb des Spiels. Aber es gibt hier mehrere Zeitalter. Und so wie ich das verstanden habe, gibt es auch inzwischen dieses bessere Zeitalter für die Zwerge. Wo sie sich ein wenig mehr verbreitern als früher. Aber ja, ich kenne mich da seit Jahren nicht mehr so wirklich aus. Irgendjemand hat bestimmt einen genaueren Hinweis dafür in den Kommentaren. Hm. Was könnten wir ihn noch fragen? Übers Wetter? Mal gucken, was der Golem übers Wetter zu sagen hat. Das letzte Wetter hat die halbe Mine in Schutt versinken lassen. Das ist ja ein sehr munterer Geselven. Orgs? Gibt es diese Brut noch immer? Oh, sie glauben des Schmiedens mächtig zu sein und leugnen doch Ingram. Vom Anbeginn der Zeiten waren die Orgs die Feinde der alten Völker. Elfen? Ich habe lange keine Elfen mehr gesehen. Das letzte Mal war einer hier, um das Salamandererz zu bringen. Doch das Schmiedewerk, das daraus entstand, wartet noch immer. Äh, äh, genau, Salamanderstein, deswegen sind wir hier. Oh, ja, der Salamanderstein. Ein schönes Stück, nicht wahr? Ja, ja, wirklich, das hätten wir gern. Wahrscheinlich das Schönste, was ich je geschmiedet habe. Ein Elf hat das Erz gebracht, aber den Stein hat er nie abgeholt. Ich glaube, es gab Streit unter den alten Völkern. Tja, seitdem liegt es hier herum. Dann, ähm, nehmen wir das mal im Auftrag des Elfen mit. In Ordnung? Genug zu diesem Thema, mehr weiß ich nicht. Kannst du uns vielleicht auch was über das echte Sternenschweif sagen? Sternenschweif? Ein Geschenk des Ingerim an Fex. Das heißt, ich glaube, es war eher ein Handel. Oder der Fuchs hat sich den Pfand dafür angeeignet. Ach, ich erinnere mich nicht mehr genau. Es muss schon ein paar Jährchen her sein. Aha, sehr interessante Dinge, weiß der Herr Gute. Fragen wir einfach nochmal weiter aus. Unterkunft? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ja, es wird kein Gasthaus hier in der Nähe sein. Essen und Trinken? Weißt du auch nicht, wovon wir sprechen? Er ist ja auch in Gola. Na gut, dann soll das Gespräch erstmal zu Ende sein. Und wir suchen uns jetzt nach diesem King-Kerlitzchen um, das hier einfach auf dem Boden liegen soll. Also wahrscheinlich nicht auf dem Boden, sondern irgendwo verstaut. Aber trotzdem schon komisch, dass das einfach so hier rumliegen soll all die Jahre. Da geht's wieder raus. Okay. Das sind jetzt vielleicht keine Kohlebecken, sondern auch Bewahrungsstellen? Oh. Stimmt, hier waren wir noch gar nicht. Komm schon. Das sieht doch genau richtig aus. Oh, und da geht's sogar noch weiter. Was haben wir hier? In der Truhe liegt ein Ikusiada-förmiges, faustgroßes Stück Stein, das von fein gelbem und rotem Erzahn durchzogen und in silbernes Metall gefasst ist. Wollt ihr den Stein nehmen? Ja. Das ist der Salamanderstein. Schönes Stück, nicht wahr? Tönt es von nebenan. Ihr könnt es gegen euer Artefakt tauschen, wenn ihr wollt. Ach so. Dafür, dass wir hier ihm das Steinmedaillon gegeben haben, schmiedet er für uns ein Artefakt. Aber wir können nicht beides haben. Na gut, es ist nicht wirklich eine große Wahl. Normal, wir müssen tauschen. Aber es wäre schon interessant zu wissen, was das andere gewesen wäre. Wir können den Stein aber auf keinen Fall stehlen. Also tauschen wir. Ihr findet Salamanderstein. Sehr schön. Gesundheit, Gwenlyn. Wo ist der Salamanderstein? Dies ist der Salamanderstein. Zehn Unzen. Zaubersprechen. Hellsicht. Analyse Arkadstruktur. Salamanderstein. Magisch auf alle Fälle, aber nichts weiter zu erkennen. Na gut, soll uns auch reichen. Gucken wir mal kurz hier rein. Die Truhe ist fast bis zum Rand mit Schmuck, Edelsteinen und Münzen gefüllt. Der Inhalt ist sicher mehr wert als alles, was ihr je gesehen habt. Wollt ihr die Truhe plündern oder ein paar Münzen dazulegen? Wir können auch hier nichts rausnehmen. Wir sind im Allerheiligsten des Schmiedegottes. Da werden wir nicht einfach seine Beute stühlen können. Oder seinen Schatz, besser gesagt. Beute muss er ja nicht machen. Legen wir ein paar Münzen dazu. So. Wo geht's hier hin? Zu einem Bett. Oh. Das ist doch ein recht ungewöhnlicher Golem, wenn er sogar schlafen muss. Aber na gut. Vielleicht ist es ja auch gar kein richtiger Golem, sondern irgendein anderes Ding. Der Golem beendet stumm seine Arbeit. Ein Schwert aus dunkelrot schimmelndem Metall. Er räuspert sich kurz, dann legt er es in die Truhe in der östlichen Kammer. Und nun muss wieder Ruhe einkehren in den Grimm-Schmiede. Er schaut euch auffordernd an. Wir blicken noch einmal sehnsüchtig in die östliche Richtung, wo unser Schwert liegt. Unser eigentliches Schwert. Aber nein. Wir dürfen hier nichts machen. Das heißt, wir müssen raus hier. Und laufen prompt in die falsche Richtung. Richtig. Also, wir haben kein übermächtiges Artefakt bekommen. Also, wir haben eins bekommen und nicht das, was wir eigentlich haben wollten. Das stimmt auch nicht. Aber es tut so weh. Na gut. Also, wir sind hierher gekommen wegen Salamandersteinen. Und das haben wir auch bekommen. Aber das Artefakt, was uns eigentlich zustünde dafür, dass wir es hierher geschafft haben, das haben wir nicht bekommen. Nee. Wo bist du jetzt? Oh. Du bist irgendwo anders. Du bist ganz am Anfang. Da muss jetzt einer zurücklaufen. Gwendeln. So. Du läufst bitte einmal zurück. Holst Korima ab. So. Komm, 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 komm. Sehr gut. So. Hier legen wir jetzt die Ledersachen zurück. Richtig. Als ich die Kleidung wieder in die Truhe gelegt habe, könnt ihr aus der Ferne ein lautes, malendes Geräusch vernehmen. Okay. Jetzt dürfen wir unsere Rüstung wieder anziehen. So. Kettnamp Nummer 1. Kettnamp Nummer 2. Lederhahnisch für Jallen, Schuhe für Jallen. Hosen sollten wir auch noch alle anziehen, sonst werden die restlichen Leute auch noch krank. Leder in die Krötenhaut war für Gwendeln. Noch ein Kettenhemd war für unsere Söldnerin. Genau. Warum haben wir so viele Stiefel? Also eigentlich müssen wir noch nur sieben Stiefel haben und ein paar Stiefel, das Gehroren überhat, oder? Boah, so oder so, wir können Stiefel eigentlich immer gebrauchen. Das noch an, das noch an. Und dann gehen wir gleich wieder eine Etage hoch. Dann zum Schacht. Dann gehen wir da wieder runter. Und probieren diesen anderen Ausgang aus. Wo wir noch vor kurzem vorstanden. So, das kannst du auch noch anziehen. Die Hose auch noch anziehen, bitte. So, langsam sind wir wieder einigermaßen ausgerüstet. Dafür noch ein paar Schuhe. Der Schlafsack muss auch noch zum Mürrüm zurück. So, ein Lederwamm ist noch über, eine Robe. Lederwamm ist für Mürrüm. Und die Robe für Talana. So, eine Hose. Wem fehlt die Hose? Gwen, denen fehlt die Hose. Also jeder hat Rüstung, Hose, Schuhe. Rüstung, Hose, Schuhe. Rüstung, Hose, Schuhe. Rüstung, Hose, Schuhe. Hier fehlt Schuhe. Einmal Schuhe zu Mürrüm, bitte. Da. Kann sie nicht tragen. Komm schon. Du musst doch nur die Schuhe anziehen. Die musst du doch nicht mehr richtig tragen. Genau. Sehr schön. Mann, Mann, Mann. Also. Wir haben unsere Rüstung wieder an. Wir haben Salamandaschein in der Tasche. Raus hier. Und abspeichern. Neu. Ja. LP 80. Und bis gleich. Schuhen. Tschüss. Schuhen. Schuhen. Vielen Dank.